Guten Tag im Sporthunterricht mit der LVH1. Ja, der Tag war sehr gut. Hat sehr viel Spaß gemacht in der Klasse. Die Klasse war sehr engagiert und ich denke, wir kommen gerne wieder, wenn das gewünscht ist. So, dann haben Sie ja die zweite Frage beantwortet. Wir wollten fragen, ob Sie nochmal so eine Veranstaltung mitmachen würden. Gerne. Haben sich die Schüler und Schülerinnen im Sporthunterricht gut angestellt? Ja, die waren sehr engagiert dabei. Erstaunlich ruhig. Und ich denke, wir hatten voll Spaß, auch wenn vielleicht der ein oder die andere nicht so sehr mit dem Fußball verbunden ist. Haben alle sehr gut mitgemacht. Okay, vielen Dank. Auf Wiedersehen.